So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, YOLO4810. Schaut auch bei YOLOKRIGER vorbei, mit dem nehme ich gerade auf und ich bekomme den neuen Helden, Reinig Max. Was? Goll. Und zwar als Markenverdoppler. Ähm, ja. YOLOKRIGER ist halt neu so, macht jetzt wieder so ganz frisch und so. Ich mache hier gerade auch ein Video. Ja, guckt auch bei ihm vorbei. Das ist mein erstes Video, ich nehme mal ein Riko. Okay, ich nehme mal den neuen, den ich bekommen habe. Lass mal, wir spielen ja hier ein bisschen Polsters. Ja, keine Ahnung, ich kenne den Typen nicht, ich weiß nicht, wer der ist. Ja, ja, ist klar. Kenn ich nicht. Ist das dieser Typ mit dem Bleistift? Was macht der? Und mein Internetpackt. Ja, meins auch. Ja, gut, wir hängen im gleichen Internet. Bist du wieder mein AFK, YOLO? Ja, warum habe ich vier Schüsse? Kann mir das jemand erklären? Nice. Ja, wieso ist der? Der ist voll okay. Oh, ist das lecker. Der, der ist voll okay. Der schießt ultra schnell. Mega. Warum ist das? Ach, so, das ist dieser Schnelli. Da sind noch zwei bei mir. Gut. Zwei Gegner oder zwei Kisten? Ja, was denn sonst? Hey, du hast ja nicht gesagt was. Hä? Bei mir ist so eine komische Frau mit einer Rakete. Ja, kill sie doch. Ja, mach ich doch. Nee, machst du ihn nicht. Ja, sie ist doch schon tot. Ja, jetzt töte ihm jetzt mal den anderen Ruhigung. Ja, da, da, da. Töte den scheiß Roboter. Warum immer ich? Du kannst ja auch mal was machen. Nö, kein Bock. So wohl. Ah, da ist... Warum liegen das? Ich gehe auf den Barley. Warum liegen das? Als ob diesen... Ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie sie überleben konnte. Der Barley hat einen Cube und wie kommt mit 17 her? Ich hoffe auch. Ähm, ja. Der Barley hat nicht mal einen Cube. Ah, verdammt. Easy. Ah ja, falls sich jemand fragt, ich nehme mit meinem Headset auf. Bin ja auch im Urlaub. Ach so böse gefangen. Als ob ich nur einen Kill gemacht habe. Und YOLO-Krieger nimmt jetzt Billo Airpods auf. Ja, die Airpods sind richtig nice. Habe ich von meinem Vater bekommen als Geschenk. Was sich jemand fragt, der ist ein Jünger. Die Airpods sind richtig nice. Ich weiß nicht, was ich... Ich kann nicht mal kein Deutsch. Ja, der kommt nicht aus Deutschland. Sondern aus Deutschland. Okay, sie sind mit nur Cubes dann. Der Barley ist scheiße. Der Barley rand mich weg. Ist der Barley. So. Nee, das war mein Kill. Jeder hat's gesehen. Das war jetzt Betrug. Komm und geh jetzt mit mir den Wichser da. Alter, beleidige nicht. Sonst wird das wieder... Ab 18. Hilf mir. Ja, ich helf dir doch. Nein, ich bin in Gefahr. So gar nicht. Achtung, Poco mit 3 Star Power. Nice. Warte, ich geb ihm ein. Super. Also, das ist mein Kill. Du hättest... Moin, Kalt. Alter, gib mir die Kalt. So. So. Also, ob... Im Primo ist tot? Ja. Als ob die jetzt alle... Nee, das ist mein Kill. Wer, der Robert? Ich hab einen Auftrag mit 24... 20 Kills. Ja, gut. Elevated. Digger, der Max ist irgendwie stark. Also, ob ich... Ich hab so viel... Ja, ich hab was... Ich hab 24 Leute gekillt. So. Gleich hab ich ne große Box. Mach dich bereit. Warte, ich gönn mir grad hier... Hab ich irgendwie was bekommen oder so? Nee, hab ich nicht. Mach dich bereit. Ja, ich mach doch bereit. Mach doch du bereit. Achso, ich bin... Ich dachte, ich war jetzt bereit. Von Max ist jetzt auch richtig nice in der Season. Wie lange willst du aufnehmen? Wie lange willst du aufnehmen, YOLO-Krieger? Jetzt ist dein erstes Video. Hallo? 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 So. Wie lange willst du aufnehmen? Oh, nice. Hier kommt gleich der Roboter. Was ist? Wie lange willst du aufnehmen? Weiß nicht. Noch zwei Runden? So kurz. Ich hab jetzt dann 5 Minuten erst. Ich bin ein Ritter. Wer hat ihn zuerst gekillt? Ja, das können ja die Zuschauer in die Kommentare schreiben. So. In der Mitte sind welche da. Wir müssen ja das und das ein Ding. So, direkt mal killen. Wir sind halt alle lost. Alter. Digga. Dieser Typ. Wo sind hier die restlichen? Bei mir ist eine FK. Sie stand auch FK rum, als ich sie angeballert hab, hat sie sich bewegt. Wie viele Cubes hatte sie? Einen. Aber bei mir ist es 10 Cubes Carl. Und die Rose hat vorhin. Hast du 10 Cubes Carl gekillt? Ja, Hit. Ah, da ist ja die Hölf Carlerin. Die hab ich vorher gefüllt. Los, Kinn! Wir müssen töten! Mein Kinn! Ja, warte, danke. Kinn ist wichtig da drin, dass man gewinnt. Lass mal zurück. Ich glaub, ich hab eine Gruppe bekommen. Hoffentlich zieh ich jetzt einen. Er hört 520 Cubes Carl. Nein, leider nicht. Oh mein Gott, mir fehlen 10 dieser komischen Münzen, dass ich noch irgendwie, dass ich noch eine große Box bekomme. 10 komischen, welche Münzen? Diese, diese komische, die da, diese Münzen da, die da. Die lila, ne? Nein, nicht die lilanen, diese komischen, die man immer 200 bekommt. Ja, 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 okay. Du gehst links, ich rechts. Na. Hä? Hast du, Wurz? Nein, bei mir ist nichts. Ich muss noch weitergehen. Wahrscheinlich ist alles schon ausgelöscht. Aber hier ist ja auch nichts. Hier ist gar nichts. Gar nichts? Ich bin in der Mitte, bei mir ist ein Primo. Bei mir ist diese komische, bei mir ist es äh, hat es... Das ist ein Nahkämpfer-Team. Rosa und dann noch Shelly. Ja, pass auf, da kommt die Shelly. Ist mir aufgefallen? Kille sie? Ich geb dir mein Stut. Habt ihr, Rosa? Wie, ich hatte sie nicht gekillt. Ich hab sie nicht mal getroffen. Jetzt gesagt. Wie, ey, jetzt kommt auch noch ein Bull. Und ich überlebe einfach. Mit 17 HP. Jetzt kommt auch noch ein... Jetzt kommt auch noch... Alter, was hier... Was ist denn hier los? So. Mit den Nahkämpfern. So. Los. Ja, Michael. Roboter. So, erst mal den Roboter gleich killen. Hallo, Roboter. Ich geh auf den links. Ja, ich geh auf Foko. Ich hab den Roboter... Ich geh auf Foko. So, ich hilf ihm mal? Es war... Es war mein Kind. Gib, 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 Gib. Der Roboter hat den gekillt. Gib, 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 Gib. Gib, Gib, Gib. Ich geh auf Foko. Nein, ich nicht. Du bist so böse. Das ist alle mal bei YOLO Kriegern, Dislettung. Das ist nicht... Das ist nicht... Ja, komm, ich nehme... Nee. Doch, ich nehme Brock. Machst du dich bereit? Nee, mach ich nicht. Weißt du? Nee, mach ich nicht. Oh, der... Ja. Oh. Die ist doch in die Mitte von zwei Küsten. Bei mir kommt ein Karl. Ja, bei mir kommt eine Shelly und noch ein Bull. Ey. Ich... Ich kenn... Ah! Danke, Brock. Kill ihn. Rache. Danke. Jetzt geh mit deinem Boost in die Mitte. Ich geh mit deinem Boost in die Mitte. Also... So einfach liegen da... Vier Cubes herum. Oh, nice. Bitte. Da ist ne Kiste. Die brauche ich. Wo ist ne Kiste? Da drüben. Als ob du die nicht gesehen hast. Ja, mein Handy ist halt kleiner als das. Das ist halt so ein fettes Handy, aber meins ist wie besser. Ja, das kommt davon, dass man ein Samsung A650 hat. Das kommt davon. Ja, das kommt davon, wenn man Samsung S9 hat. Und als Cubes liegen einfach hier. Das ist doch nett von dir. Und da drüben ist der Roboter. Der Roboter hat... Äh, ja. Ich weiß nicht, ob der scheiße ist. Warte, ich hab 10.000 AP. Der war 1K. Gib's mir jetzt High Five. Ich geb dir den... Komm! Ich geb dir den Schelle. Ich geb dir den Schelle. Ich geb dir den Schelle. Kleines Opfer. Bis 46 geht immer, oder? Wie lange nimmst du schon auf? Äh... Wollt mal... Das ist jetzt die letzte Runde. Nimm's überhaupt noch auf. Ich nehme jetzt mal... Achso, bei dir letzte Runde. Wir machen noch 5 Minuten auf meinem Kanal. Ja. Ich würde jetzt doch Riko... Letzte Runde... Unser bestes Team Riko merken. Ja, deine letzte Runde auf deinem YouTube-Kanal. Ich mach noch 5... Vielleicht! Ich mach noch 5 Minuten. Lega, wir müssen so schnell in die Mitte. Let's go. So. So, bist du in der Mitte? Ne, ich bin an der Seite und da kommt ein Bull und die komische Frau mit der Kanone. So, bei mir ist gleich ein Team mit dem Barley. Boah, scheiße. Ja, pass auf, von unten kommen die von mir. Ja, ich bin nicht dumm. Doch, du bist da. Moin Bull. So, ist noch die Mitte da. Danke. Bitte. Ehrmann? Ja, die Mitte ist noch da, aber das ist ein... Schnell wegnehmen! Noch ein bisschen reinböllern. Killen? Hobby Killen? Killen? Ach, das war jetzt dein Kill oder wie jetzt? Ja, das war mein Kill. Ne, ich geh nach Rom. Bei mir ist Bot 6, Alter. Bot 6. Aber bei mir ist gleich der Robotan. Ja, ich gönn mir Gott. Mein Kill. Egal, ich hab ein Smiley gesehen. Ja, auch mal ein Smiley machen. Ne, da ist noch nur Shelly. Spaß. Ich bin einfach... Ja. Mein Kill war das. Ne, das war meiner. Ne, das war meiner. Schreibt in die Kommentare, welcher Kill das war. Wetten, das war meiner? Ich hab's gesehen. Wetten? Ne, wetten nicht, weil du gar keine Kommentare kriegst. Was hab ich da? Wie kann ich's jetzt beenden? Ähm. Machen wir bei mir noch 2 Minuten 30? Das Video. Ja. Mal gucken. Was jetzt? Video speichern? Ja. X oder was? Ja. X oder was? Ja. Lass jetzt noch ein paar Runden für mich machen, dass ich auch 15 Minuten hab. Lass uns 8-Bit. Nimm 8-Bit. Nimm 8-Bit. Nein. Das wird... Ich werde ihn nicht. Der andere ist mir zu langsam. Äh. 8-Bit ist mir zu langsam. Ne. Wie ist der Typ, den ich spiele? Max? Max. Max ist mir zu langsam. Ich nehm 8 mit. Ich nehm 8-Bit. Warte, das ist... Das ergibt keinen Sinn. Doch. Hä? Bei dir ergibt wieder... Meine Zuschauer kennen und wissen, was ich mag. Nein. Irren Bruder. Er ist schon wieder gestorben. Ja. Immer verreckter. Ja. Irgendwie verreck ich. Oh, Nani. Geh mal zum Roboter. Ne. Oder zu Nani. Ich geh zu Poco, Alter. Nicht gemeint. Seinchen. Geil. Ah. Vielleicht kommt der nächste Nani. Nein. Ich... Bäh. Was heißt der auf Japanisch Nani? Das weiß ich gar nicht. Wer darf ich denn? Rico. Ach der jetzt. Leider hab ich noch keinen epischen... Nein. Leider noch nicht. Marco, du nimmst doch gar nicht mehr auf. Hoffentlich zieh ich zuerst Nani. Du nimmst doch gar nicht auf. Wir hoffen's. Du nimmst doch gar nicht auf. Ich nehm kurz. Ja. Ja, und? Ja, redest du mit meinen Leuten? Vielleicht? Er weiß. Willst du... Willst du noch jemanden grüßen? Er weiß es. Willst du jemanden grüßen? Nein, danke. Ich hab ihn den Cube geklaut. Das ist ja sauer. Weil ich ihn so... Stell dir mal vor, das wär seine Ehre. Stell dir mal das vor. Seine Ehre hab ich einfach geklaut. Was? Machst du Hilfe nicht? Nee. Irgendwo war noch der Brot. Komm mal zu mir, Marco. Ah, da hab ich was gesehen? Oder Erich muss da... Ja, Mama ist jetzt schon ein Choranela. Guck mal. Ne, ich mach ihn auf. Michael! Ja, war da noch. Da unten lernst du noch Cubes. Hab ich grad gesehen. Ja, geil, Alter. Ja, noch Rang 6 in dem Video. So. Ah, 2 Kills. So, tscholl, oder? Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten.